Wie ist das so fad? Fad ist er? Fad ist man. Warum? Mein Damals, weißt du es noch? Erstes Festival, da hast du wenigstens noch einen gegeben, der hat erzählt, was los ist. Stimmt, da war so ein Festival-Guru, woran der ist. Stimmt, ich auch. Aber ich habe gerade geheißen. Hey, du. Akkuzack. Ich muss mit Kosei. Ich muss mit Tag, Tag, Parabel. Was ist so? Tag, Parabel, Lord? Nein. Akkuzack. Saugengeguckt war er. Das ist Passiv. 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 Passiv, oder? Weil du bekanntest. Ich weiß nicht, so ein Tag, ein Süpfle. Ein Süpfle? Ein Süpfle? Ein Süpfle? Ich glaube, das war so ein Tag Süpfle. Wer war das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wenn das ein Tag Süpfle war. Leckt mir was. Leckt mir was. Wenn der Tag Süpfle ist. Das wäre der Hammer. Das trinken wir erst mal. Weil der wird da. Das wäre der Hammer. Wow. Wenn der Pöbel ruft, ist der Süpfle da. Servus. Ja, leckt mir was. Süpfle habe ich Ehre. Mir war schön. Prost. Prost erst einmal. Prost. Wenn jetzt alles rauskommt. Was euch eigentlich keinen interessiert. Aber es ist ja Wurst. Ich als bayerischer YouTuber prophezei. Bayerisch für Anfänger. Das ist nicht. War das nichts für euch? Das ist genau unser Ding. Das wäre ja super, wenn sie das machen würden. Wir haben eine Folge gemacht. Die regionale zwar so, naja. Aber jetzt, wo wir die haben. Ganz ehrlich. Vom Summary aus. Dann kann das nur gut werden. Geh auf die Knie. Hier. Schau, dass du auf die Knie gesetzt bist. Prost. Trinken ist am wichtigsten. Viele Grüße raus aus dem Summerfest. Andi. Viele Grüße. Zuschauer von Nerd's Choice. Ich bin der dunkle Parabelsiffler. Prost. Sie sind auch riesig. Und trinkst nicht zu wenig. Zu wenig trinken ist immer schlecht. Das spinnst du. Wer war denn das jetzt? Leckenlose. Jetzt hätte ich echt gemacht, der wäre da gekommen. Wer? Der Süffler. Der ihr? Ja. Das spinnst du. Nein. Ich fange mal an, wenigstens zu saufen. Ich fange mal an, wenigstens zu saufen. Das ist das. Und diese Nerd's Choice Typen. Die machen ja zwar kein Festival-Content, aber ich bin trotzdem ein Fan von denen. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Weil bayerisch ist bayerisch. Und wir aus Bayern, wir müssen zusammenhalten. Prost. Das ist gut. Oh, die Flüsse. Die haben wir auch noch. Nein, den Stuhl-Stein. Dingo. Dingo. Den Stuhl-Stein. Ist schon vorbei. Ist schon vorbei. Macht nichts. Macht schon.